Immer einen Schritt voraus! Ja! Es dauert nicht lang, wie sich eine Armee von Titan-Monstern befindet. Stellt euch nur vor, wie ich durch die Straßen getragen werde und im Gleich der unschuldigen Bürger schweigen. Es wird... Du musst damit aufhören, bevor es zu weit geht. Hahaha! So fängst du mich nie! Hahaha! Hahaha! Ich muss einen Weg durch dieses Chaos finden. Ich muss einen Weg durch dieses Chaos finden. Ich muss einen Weg durch dieses Chaos finden. ается an. Vielleicht? Okay. Ja. 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 Nicht an meine Alarmsignale! Ihr könnt doch nicht mal ein Taxi anhalten! Er ist hier! Lasst ihn mich nicht finden! Der Mann ist mit uns 11.4! Ich meine, wie gehe ich dich? Er ist zurück! Hilfe! Er ist hier drüben! Jemand muss da rüber! Ich werde dich töten! Ich bin hier! Ich bin hier drüben! Ich bin hier drüben! Ich bin hier! Das war's für heute. Joker wollte, dass der Eingang zur Titan-Produktionsstätte bewacht wird. Ich sollte Harleys Spur folgen, sodass ich ihn finden kann. Tut mir leid. Ich dachte, ich arbeite für Dr. Young. Ich wusste nicht, dass Joker dahinter steckt, bis er ins Labor platzte. Wo ist das Labor? Geht zurück. Ich komme immer durch. Es gibt eine versteckte Tür, aber... Naja, sie ist versteckt. Ich finde es. Bleib hier. Geht zurück. Geht zurück. Vielen Dank.